Hallo und herzlich Willkommen zu diesem Video. Heute kommentiere ich euch die Stilspring Prüfung Klasse 1 Sterne. Die sind wir im September 2019 in Lokabierung geritten und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Hier beginnt die Prüfung jetzt auch schon. Wir sind erstmal angaloppiert nach dem Grüßen. Dort habe ich noch ein bisschen leichten Sitz gleich gezeigt. Levita war an dem Tag relativ fest. Wir kannten uns auch noch nicht so lange und dann kam ich jetzt gleich erstmal nicht so richtig zum Sitzen. Aber zu Sprung 1 kamen wir dann sehr schön. Die Wendung zu Sprung 2 habe ich nicht so gut geritten, bin auch in der Wendung nicht weiter geritten, weshalb wir sehr eng kamen. Und danach musste ich deutlich drücken, dass wir zum Ochse noch kamen, was zum Stilspringen ja nicht sehr optimal ist. Ist nicht sehr rhythmisch gewesen. Jetzt aber die Linie war sehr gut und auch zur Kombination kommen wir gleich schön hin und sie springt da auch immer sehr zuverlässig raus. Die Wendung jetzt zum nächsten Style ist nicht so schön. Sie war sehr in Außenstellung und dann nicht ganz so harmonisch. Die letzte Linie war jetzt aber wieder sehr schön und damit bin ich dann noch sehr zufrieden gewesen. Und jetzt hört ihr noch einmal den Richterkommentar. Wie ihr seht war das schon eine recht harmonische Runde. Allerdings gab es noch so ein paar Kleinigkeiten, die wir verfeinern können. Ich kannte sie dann noch nicht so lange, erst ein paar Monate. Und damit war ich dann auch sehr zufrieden, dass sie so zuverlässig ist und so toll springt. Es gab eine Grund- und Endnot von 6,9 und damit wurden wir erste Reserven. Also vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis nächstes Mal. Tschüss!